Jo, dann jetzt noch eine ganz kurze Testfahrt, um zu sehen ob alles funktioniert hat. So, jetzt noch eine ganz kurze Testfahrt. So, jetzt noch eine ganz kurze Testfahrt. So, jetzt noch eine ganz kurze Testfahrt. Okay, läuft bis jetzt richtig gut. Und jo, da würde ich mal sagen, dann bis zum nächsten Video. Dann haut doch mal rein, meine Liebenleute. Und fahrt sicher, so wie ich, mit Helm, wenn man es gesehen hat. Haut rein.